Also solche Boxen gibt es, aber auch noch ein paar mehr Tricks, die ganz spannend sind. Gucken Sie gern mal, die Online-Kollegen haben da einiges vorbereitet für Sie, auch nach der Sendung natürlich alles noch zu finden auf brisant.de. Wir machen weiter mit Kurznachrichten, da geht es auch um einen Diebstahl, um eine gestohlene Violine nämlich und eine echte Erfolgsmeldung der Polizei.